Ich möchte beim Thema Klima innerhalb der Partnerschaft, Paarklima, gerne mit einem Glam the Life Beispiel anfangen. Hartes Brot, aber ich tue es trotzdem, weil ich zweierlei Dinge verdeutlichen möchte. Und zwar sehr nachdrücklich, weil ich verspreche bei dem Thema nicht Harmonie, vielleicht ein bisschen, bestenfalls ein bisschen Harmonie. Aber das, was ich versprechen möchte, ist Lebendigkeit. Und Lebendigkeit hat viele Facetten und deswegen habe ich mich für dieses Beispiel entschlossen. Es hat mich eine junge Frau angerufen, sehr ernst. Und sie hat gesagt, ich bin Anfang 30, ich bin während der zweiten Schwangerschaft an Krebs erkrankt. Ich habe mich, um das Kind zu schützen, gegen Chemo entschlossen. Wie es bei mir weitergeht, das kannst du dir ja vorstellen. Ich habe für mich beschlossen, das Lachen geht nicht mehr, aber deswegen rufe ich nicht an. Das habe ich für mich beschlossen. Ich rufe wegen meinem Mann an. Der liegt nur noch auf dem Sofa und kommt nicht mehr hoch, kriegt die Beine nicht mehr unterm Hintern weg. Der kann sie nicht mehr bewegen und deswegen rufe ich an. Gehen wir mal an die Lösung. Wenn einer sagt, er kann nicht mehr lachen und er ruft dann aber so ein Lachursel wie mich an, gehe ich heimlich davon aus, dass dennoch eine Sehnsucht nach Lachen da ist. Und es ist uns auch gelungen, innerhalb des Gesprächs wieder bei ihr zu einer Quelle zu kommen, zu einer Ressource zu kommen, dass sie wieder lachen kann. In diesem Nicht kann ja auch immer auch vielleicht doch oder aber stecken und das klappte auch. Aber ich habe sie dann gefragt, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Und dann hat sie gesagt, ich hatte immer die verrücktesten Ideen. Wenn die Leute aus den Bergen zurückgekommen sind, habe ich dann zu ihm gesagt, komm, jetzt ist unsere Zeit. Jetzt gehen wir in die Berge. Und das Schöne war, wie er sich begeistern ließ und wir dann zu zweit eigentlich alleine den Berg hochgewandert sind. Und ich habe mich dann, nachdem sie in dieser Stabilität des Lachens und ihrer Kraftquelle war, dazu entschlossen, relativ konfrontativ vorzugehen und zu sagen, naja und jetzt, jetzt verlässt du dein Versprechen. Das Versprechen, was du deinem Mann gegeben hast, ist, Verrücktes zu tun, anzustecken, Ideen zu haben, wie nachmittags auf den Berg zu gehen und er hat dann sich wunderbar eingefügt, du bescheißt ihn ja jetzt, dadurch, dass du nicht mehr lachst und das tust. Und dann hat sie weiter gekichert. Wir sind eigentlich relativ vergnügt auseinandergegangen. Kichert weiß ich jetzt nicht, aber es war vergnüglich. Und in der gleichen Nacht kriegte ich noch von einer Ärztin einen Brief oder eine E-Mail, da drin stand, ich sei ja wohl von allen guten Geistern verlassen, die Frau sei vermutlich dem Tode geweiht und die bräuchte alle Kraft, die sie kriegen könnte, um mit dieser Krise fertig zu werden. Ich kriegte aber fünf Minuten später noch eine E-Mail und zwar von der Anruferin mit einem Foto von vier Familienmitgliedern, sie, ihr Mann und beiden Kindern und dem Satz, ich glaube, du hast uns allen sehr geholfen. Und dann habe ich sie, ich habe auch so etwas Hinterhältiges, das gehört für mich dazu, habe ich sie gefragt, ob ich das der Ärztin schicken dürfte, weil Rechthaben ist geil. Und das durfte ich und dann kam völlig humorlos von der Ärztin zurück. Dann ist ja gut. Gut, neben dem Rechthaben nehme ich diese Geschichte, weil ich Parklima als etwas verstehe, was wir uns versprochen haben, ganz am Anfang unserer Beziehung, unabhängig von dem, was unsere hormonelle Fehlentwicklung erstmal uns in die Paarwiege legt, weil es kommt ja viel mehr in dieser Verabredung vor. Ich habe dieser jungen Frau dann auch noch gesagt, das, was du im Angebot hattest auf dem Markt, war wie eine Marktfrau, die sagt, nimm dir Angaben, die ich habe. Und wenn wir bei dem Beispiel des Marktes bleiben, ist bei jedem Obst und bei allen Gemüse, das wir haben, immer eine Faulstelle dabei. Und diese Faulstelle wollen wir am Anfang der Beziehung gar nicht erkennen. Sie kommt auch nicht so zum Tragen, weil wir hormonell gesteuert sind und weil wir nach den Sternen greifen. Aber diese Faulstelle beeinflusst dauerhaft auch das Parklima. Diese eine Faulstelle kann zum Beispiel sein, dass einer eine Herbstdepression hat. Diese Faulstelle kann sein, dass er Erwartungshaltungen mit in die Partnerschaft bringt, die bis dahin nicht so zum Tragen waren. Erwartungshaltungen an eine Männerrolle. Erwartungshaltungen, die ich höre, wie meine Eltern noch mit mir sprechen. Wenn du verheiratet bist, dann musst du aber auch. Es tauchen plötzlich Muss-Sätze auf. Und diese überbordende Freiheit, wie sich das Parklima am Anfang so positiv entwickelt hat, hat plötzlich diese Faulstellen, die mit integriert werden müssen. Jetzt kann ich das Obst wegwerfen und darauf hoffen, dass ich eine ganze Tomate finde. Ich kann mich aber bei diesem Parklima auch darauf einstellen, mit diesen Faulstellen zu leben. Und ein sehr schönes Beispiel kann ich aus der Praxis bringen. Es war tatsächlich eine November-Depression bei ihm. Und die war am Anfang nicht so zu spüren, weil dieser hormonelle Schub diese Depression erst mal gelingt hatte. Aber sie kam wieder. Und mit dieser November-Depression kommen natürlich auch die Zweifel, was machen wir falsch. Oder auch die Frage, die sich die Frau gestellt hat, was läuft bei uns falsch, dass mein Mann jetzt so traurig ist. Was habe ich falsch gemacht? Und mit diesen Faulstellen kommen ganz häufig diese Zweifel auf, wir machen etwas falsch. Und wenn diese Zweifel aufkommen, neigen wir auch dazu, in richtig und falsch einzuteilen. Wir haben keine Spielwiese mehr, dass etwas sein darf und dass man damit anders umgehen könnte, als es in richtig oder falsch einzuordnen. Und so war es dann auch. Die Zweifel der Frau haben die Depression des Mannes nur noch verstärkt, weil er immer wieder diese Frage beantworten musste, was läuft denn bei uns falsch, dass du so traurig sein kannst, was müssen wir richtig machen. Aber jemand, der eh schon so knappst, noch zu fragen, was müssen wir verändern, bringt eigentlich so gut wie gar nichts. Das heißt, wenn wir uns jetzt wieder dieses Angebot der Ware auf dem Partnermarkt anschauen, würde ich hinschauen, oder haben wir hingeschaut, was bringt die Frau sozusagen mit. Und das war ihre Fröhlichkeit, das war auch ihre überbordende Vitalität. Und es waren aber auch die Faulstellen. Und auch der Mann war von, es gab wunderbare Geschichten, wir fragen ja dann immer nach der Ausnahme, im Urlaub oder Radeltouren oder Gemeinsamkeiten. Aber die Faulstellen kamen halt nicht vor. Und die zu integrieren, scheint für mich ein gutes Paarklima zu sein. Wie sieht das konkret aus, oder wie sah es da konkret aus, das richtig und falsch zu verlassen, sondern das zu tun, ja, was den Qualitäten der Marktauslage sozusagen entsprach. Das heißt, und das war nicht auf der Handlungsebene oder auf der Verhaltensebene zu lösen, sondern einfach auch mit ihr diese Angst zu nehmen, wieder das zu sein, was sie ist, fröhlich. Und dass sie fröhlich sein durfte, obwohl er traurig war. Und das sah tatsächlich dann in der Handlungskonsequenz so aus, dass sie gesagt hat, Mensch, ich muss hier unbedingt raus, es ist Vorweihnachtszeit, ich setze mich jetzt mal in alle Busse und fahre durch die Stadt und gucke, was so an Dekorationen läuft. Hast du Lust mitzukommen? Und dann hat er gesagt, nein, erwartbar nein. Nein. Dann hat sie gesagt, brauchst du noch was von mir? Also das heißt, sie hat sich liebend verabschiedet. Sie hat sich nicht so verabschiedet. Wenn du gar nicht mehr aus dem Haus gehst, dann wird es ja auch nicht, dass sie wieder war richtig und falsch. Also das heißt, dieses richtig und falsch ist eigentlich das Problem. Nicht, dass es Faulstellen gibt. Und ich habe das Paar, die haben nicht viel gebraucht. Das war einfach ein gutes Paar, ein liebes Paar. Das kann man nicht anders nennen. Aber ich habe sie dann nach einer Zeit wieder getroffen. Und da hat sie gesagt, und überhaupt, Frau Lemle, bist du an allem schuld? Weil ich bin blöderweise an einem Werkstag mit den Bussen durch die Stadt gefahren und habe überall alten Christbaumschmuck gefunden. Und jetzt sind wir pleite. Und das fand ich dann speziell nicht so schlimm. Aber das heißt, dass sie sich tatsächlich auch die Erlaubnis gegeben hat, er darf die November-Depression haben und ich darf trotzdem meine Fröhlichkeit leben. Mir ist bei dem Thema Paarklima, das möchte ich nochmal sagen, Ja, wir haben uns für das eingekauft, von dem wir erhofft haben, dass es lange hält. Wir haben eine Ahnung voneinander. Viele schlaue Kollegen versuchen ja auch so eine Gesetzmäßigkeit rauszufinden, auf wen wir reinfallen. Gleich und gleich gesellt sich gerne. Gegensätze ziehen sich an. Dann gibt es diesen neumodischen Begriff, die Chemie stimmt. Da weiß ich immer nicht so genau, was da die Chemie ist. Aber irgendwas wissen wir. Oder vielleicht träumen wir nur davon, dass wir es wissen. Und vielleicht passen wir am Anfang auch besser noch in diese Träume rein. Aber dieses Miteinander ist mindestens genauso spannend, wenn wir diese Faulstellen akzeptieren. Wenn ich auf Teufel komme raus, diese Träume, die wir davon haben, weiter zu träumen, vielleicht so ein Stück noch, aber die Realität anzulassen, da hilft dann auch keine Formel von, die Chemie stimmt, sondern einfach diese Bereitschaft, das Klima zu, das Parklima zu erweitern. Es ist nicht nur mitteleuropäisch, sondern das ist auch südlich, das ist Nordpol, das ist Wind, das ist alles. Und je mehr wir das zulassen, umso lebendiger wird die Beziehung. Und jetzt muss es nicht mehr zurück훈t. Vielen Dank.